Yo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mache ich ein Reaktion-Video. Und zwar über... Über Everydays Zahnlücke, Leute. Das ist ein Song von einem Kumpel. Und ja, hier ist er. Yo. Ja, moin Freunde. Ich bin hier ausgeschlagen. Und ich würde mal sagen, du darfst dieses Video machen. Du hast auf jeden Fall meine volle Unterstützung. Da würde ich sagen, viel Spaß beim Videoschauen. Und schaut auf seinen Kanal vorbei. So Leute, jetzt gucken wir uns das an. Ich muss ausgeschlafen und raten. Zahnlücke sind amweilen. Nur viele Zahnlücke sind am Struck. Und ich bin allein in der Anwesenheit. Kopiere die Zahnlücke. Kopiere mein Style. Du Zahnlücke bist. Im Endeffekt findest du nicht meine Zahnlücke nice. Du reierst jetzt. Oh, nur weil ich es nicht bin. Du Zahnlücke. Ich bleibe für tausende Zahnlücke. Mit Karieser Hintergrundzahn. Schieb keine Zahnbürste. Nimm deine Zahnstrange. Du bekennst mich nicht. Das ist perfekt, kid. Ausgeschlafen ist der Lauch. Also sabbel mal nicht. Nimm deine Zahnlücke. Mit alle sind schief. Wie meine Zähne. Bitch. Every day ist Zahnlücke. Uh, uh. 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 Was passiert? Uns hat die ja gebissen. Scheiß, da die krassesten Weißer im Land. Weiß gegen uns, das ist mega riskant. Hale am Suchen, am Snappen und Schicken. Doch merken, sie haben keine Zahnspange, man. Zähne sind Blumen. Lücken sind am Schreien. Du machst dir einer Fahrt. Doch ich nehme dich nicht ernst. Wie laufende Sendungen bei RTL 2. Millionen von Zahnlücken. Zähne zerreißt. Ich zeig dir ein paar Zähne. Bis du endlich mal weißt, was ausgeschlafen wird. Ewig gehatet. Oh, Asia Food Challenge hat über 10 Millionen Views. Teufelsberg hat über 10 Millionen Views. Dieser Song hat über 10 Millionen Views. Scheiße, man, ich bin für die Zähne zu gut. Ausgeschlafen ist der Lauch. Also sauber, man, ich bin mit reiner Zahnlücke. Mit Eis und Schief wie meine Zähne. Bitch. Every day ist Zahnlücke. Uh, uh. Every day ist Zahnlücke. Uh, uh. Every day ist Zahnlücke. Uh, uh. Every day ist Zahnlücke. Okay, also auf jeden Fall Props an dich, dass du das durchgezogen hast. Also für den ersten Song, so gesagt, finde ich es nicht schlecht. Auf jeden Fall ist echt gut gemacht. Also von der Qualität her. Soundqualität kann sich noch verbessern auf jeden Fall. Und ja, unten ist der Track verlinkt auf jeden Fall. Und ja, wenn ihr mal wollt, dass ich auch so einen Track mache, dann schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's. Ciao.